Die Grünen sind aus meiner Sicht die gefährlichste Partei, die wir im deutschen Parteiensystem haben. Es ist eine hoch ideologisierte und fanatisierte Partei. Das ist die Vorreiterpartei von Council Culture, also von Zensur, von De-Platforming, anderen keine Möglichkeit geben, sich politisch zu artikulieren. Das ist die Partei, die mit dafür verantwortlich ist, dass Menschen ausgegrenzt, diffamiert werden. Aus rein ideologischen Gründen betreiben die das und das ist eine rein ideologische Partei. Wenn ich mir den Klimaschutz anschaue, das hat nichts mehr mit Vernunft zu tun, sondern es hat etwas eher mit einer Sekte zu tun. Man muss daran glauben, weil verstehen tut man es nicht.